Wir führen das ganze jetzt fort. So was wollten wir machen? Achja wir wollten den... Na was ist denn dreimal? So der Kram wird fertig gemacht. Direkt die Quest annehmen. So am schnellsten fertig. Morgen dann noch mit den Stahlrahmen-Quest. Müsste da nicht hinhauen. 1500? 1800. Machen wir erstmal die hier. Ne 10 Hardclay. Ne 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 das ist zu viel. Machen wir die Stahlrahmen. Wenn wir uns lieber den Klebstoff aufbewahren. Auf keinen Fall. Ach komm mach Platz da. Will ich nicht machen. So was brauchen wir für Stahlrahmen? Wir brauchen 6 Stahlrahmen. Heißt für uns. Oh shit heißt das für uns. Super viel Carbon Schmelzen. Werden wir aber auch hinkriegen. Kürchen. Auf jeden Fall. Kürchen. 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 so was brauchen wir dafür als erstes dazu brauchen wir kohle das können auf jeden fall 27 stück noch machen es ist nicht wenig gar nicht wenig die säge brauchen wir eigentlich gar nicht mehr können wir einfach entfernen dann ein bisschen mehr platz das den können wir eigentlich umstellen das eigentlich auch das hat man für einen tag energie oder ich gehe jetzt kämpfen und versuchen wir noch mehr von diesem liquid zu holen später nehmen wir mit der voll wie das nur geht oder wir machen uns stellen so maschinen jeweils stück für stück und pflanzen da oben was an können wir auch versuchen aber nicht jetzt schmelzen kann ich jetzt erstmal vergessen das ist nicht brauchen wir jeweils ein davon müsste ich nicht genug haben sechs stück brauche ich und 30 karbon dass ich stahl dinge sie fragen wie viel ich immer jeweils brauche zum sägen 30 karbon das ist echt nicht echt nicht wenig ach ne das sind nur die barren das geht ja noch hab ich ja bald fertig was brauche ich denn noch für so eine schmelze ne das ding nicht das ding könnte ich mir eigentlich noch eine machen kann so power generator läuft problem ist wir haben nichts was wir schneiden können momentan außer hartholz und eisenholz könnten wir machen können eigentlich laufen lassen holzkohle brauchen wir in jedem fall das heißt wir brauchen noch eine menge holz gleich hartwood mitnehmen und eisenmuth so sieben werde ich noch machen können nach muss ich und ich holz rein packen wenn ich die 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 Ich denke mal, das muss reichen. Wann darf ich jetzt nicht mehr so viel brauchen? Na, dann einschalten. Noch mal Hardwood Planks. Okay, da fehlt das. Also müssen wir doch noch mal kämpfen. Kein Problem, kriegen wir hin. Aber nicht hier, wir werden das anders machen. Wir gehen in unsere geliebte Mine in Zukunft. Das braucht 23 Stunden, da können wir pennen gehen. Morgen früh müsste eigentlich alles fertig sein. Gefasst. Und dann nochmal, dann müssten wir es eigentlich haben. Können auch 6 sein. Haben hier der letzte noch gemacht. 30 brauchen wir, das ist echt nicht wenig. Oh, wir haben ja noch. Gut, 7 kriegen wir dann noch locker hin. Dann brauchen wir die gar nicht mehr. So lange die Dinger brennen, ist okay. Das reicht. Zwei. Drei. Hatholz sammeln wir auch nochmal ganz gut. Hatholz sammeln wir auch nochmal ganz gut. Und wir sagen Hello, neue Stadt. Confirm. Und ich würde sagen, unsere Quest ist mehr als fertig. So, Stahlrahmen, sechs Stück. Quest fertig. Werden eventuell aber noch, je nachdem. Hier brauchen wir vielleicht mit Pecher noch eine zweite Quest annehmen müssen. Brechen wir erstmal ab. Cancel. Und dafür machen wir, brauchen wir dafür Kupfer und Zinn habe ich da. Schmelzen wir das schon mal. Packen wir den Rest schon mal weg. Vielleicht müssen wir wieder Monster töten, wer weiß. Das müssen wir jetzt auch mehr als genug haben. Die Barren schmeißen wir noch rein. Das müssen wir jetzt auch mehr als genug haben. Quests abgeben und sich freuen. Ein neues Gebiet, Sandrock Valley im Osten. Und ich habe gedacht, wir sind schon fertig mit allem. Prima. 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 Ja, ja, ja. Labe mich nicht voll. Ich muss meinen Quest abgeben. No. Ich kann das hier nicht abgeben. Warum nicht? Wo muss ich denn hin? Zum Bürgermeister eventuell. Kann das sein. Oder zur A&D Construction. Ich glaube eher, dass das es trifft. Gute Form. Danke. Yes. 1800. Unser Haus wird bald gebaut. Das muss es sein. Können wir noch eine Quest annehmen? Oder müssen alle erledigt sein dafür? A sagt Hard Clay brauchen wir. Oder 6 Stahlrahmen. Können wir brauchen. Okay. Nehmen wir diese Quest. Innerhalb von 3 Wochen. Können wir noch mal 1800. So, wenn das durch ist. Na komm, machen wir dich aus. Bisschen Energie sparen. Voll machen. Dann haben wir auch noch mal voll. Wer weiß, wenn ich hier wieder ran muss. Perfekt. So. Was ist hier? Der braucht noch einen Tag. Kann ich da schon irgendwas fertig machen? Ich glaube eher nicht. Ich glaube wir werden dafür noch mal runter gehen. In die Mine. Kämpfen. Vielleicht können wir die letzte Quest auch noch machen. Ist ja an sich nicht so falsch. falsch. Genau. Die Dinger möchte ich haben. Da brauche ich aber noch deutlich mehr. Komm mal her mein Freund. Scheiße. Ah. Scheiße. In der Scheiße stehen. Aber das ist ne Kiste. Einfach Schaltkreise. Wow. Super viel Leben verloren. Ich glaube bis unten werde ich es nicht mehr schaffen. Zu viel Leben verloren. In der ersten Instanz. Okay. Was ist hier? Nichts. Ah. Da vorne kann man rein. Das sind Schatzkisten. Das ist gut. Okay. 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 Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob wir sterben oder was passiert, wenn wir sterben. Hab ich eigentlich noch nie ausprobiert. Wir haben bei einem so ein Ding wieder. Oder zwei. Hat sich schon mal gelohnt? Vielleicht finden wir hier noch was. Na komm mal auf. Ah, nicht ganz. Ne, gehen wir mal lieber. Von hinten kommen sie auch noch. Schade, aber morgen nochmal. Exit, haben wieder zwei neue Sachen. Ist okay. Kann man mitleben. Ich katee. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Packen wir schon mal Eisen ein Dann haben wir morgen schon mal ein bisschen was Das Ding läuft Dann kommen wir noch mit Dann habe ich immerhin mehr Platz Bestätigen das Und ab ins Bett So So das hätten wir Was fehlt noch? Wenn wir das durch haben laufen lassen Achso wir können dann nochmal kämpfen Noch nach den Liquid Stuff suchen Ist immerhin Geld was wir kriegen Auch nicht gerade wenig So Liquid Stuff kommt auch noch Okay Dann müssen wir erstmal abwarten Ich würde definitiv nicht vorher alles machen Dann kann sein, dass irgendjemand anders die Quest fertig macht Und ich sehe das ja nicht ein Dann Kohle dafür auszugeben Also ich kann jedem empfehlen Diese DD Transport Systeme fertig zu machen Das ist so geil Einfach nicht hinlaufen zu müssen Na komm schon Hab ich denn das beim ersten Mal geschafft, dass ich auf einmal jetzt so viel Leben verliere? Was hast du denn auf dem Rücken? Das sieht ja ganz gefährlich aus So nach diesen Zangen Haben die ich schon immer gehabt? Ich glaube nicht Na das lief ja gar nicht mal so schlecht Okay Drei Stück Wen kann ich hiervon pullen? Einen Dann ist er halt Liquid Vielleicht braucht er das ja auch nur für seine E-Zigarette Nein Das ist natürlich was ganz anderes Das fände ich witzig Na komm Eine CD, die keinen Schwanz mehr braucht Aber gut Hauptsache ihr habt Spaß und taucht auf, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann Ach komm Ach komm Ey, was haut da daneben? Ach komm, reif an Komm Kommst du? Come on Come on Come on Ah komm Ah komm Komm her du Peiner Du willst auch noch was? Come on Oh noo, scheiß Fisch Oh noo,osch Brauch kein Mensch Sonst ich brauche sie nicht mehr das war knapp Schatzgäste und eine Feder Okay, so langsam bin ich voll Stor ist 10% Max HP Durchschnitts 25 HP Essen wir mal alles auf Achso, das ist Stamina Naja, warum nicht? Hm, eigentlich sind die gar nicht so schlecht Ich müsste mal mehr davon machen Eventuell aber nicht jetzt Und wir gehen weiter Sind, welchem sind wir denn jetzt? Welchem Kapitel wir sind? Keine Ahnung, Nummer 6 4 2 brauchen wir noch No Ich hab zu Scheiß Gift Da hinten ist noch was Nur Müll Irgendwas, was Leben wiederherstellt Alles nur Stamina Oh, das ist weg, der Kram Oh no Kiste Komm her, du scheiß Fisch Wow Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her , komm her Komm her Oh no. Weg. Na ja, bleibt mal da hinten. Ja, ist ruhig da. Ach komm schon. Ah, ne scheiß Idee. Ne, Blutstein. Genauso scheiße. Brauch ich nicht. Lass euch auch mal gepflicht da liegen. Ah, come on. Einzel pullen. Ach komm. Hältst du mal bitte um? No. Ich darf jetzt nicht sterben, bis ich beim Boss bin. Hört ihr auf. Okay, come on. Beim Boss darf ich sterben, das weiß ich. Acht HP, Leute. Acht. Acht HP. Sehr gut. Auf zum Boss. Lucky. Und ich bin voll. Ähm. Schmeißen wir dann weg den Scheiß. Ja. Da ist er wieder. Scheiß Affe. Again. Zähne könnten wir im Prinzip noch gebrauchen. Die Teile können wir wegschmeißen. Werden wir so schnell nicht mehr brauchen. Das Gift brauche ich auch nicht. So. Gehen wir mal sterben. Ich glaube nicht, dass wir hier gewinnen können. Töte mich. Äh. Super. Was soll ich freischalten? Irgendwie? Erzähl. Erzähl mir mal ein bisschen mehr davon. Keine Ahnung, was das ist. Als nächstes war eigentlich mein Bauprojekt. Ähm. Ich habe ja quasi alles im Spiel. Ich bin ja jetzt dabei. Sandrock Village fertig zu machen. Nein. Ah. 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 Ich weiß nicht wie weit du dich mit dem Spiel auskennst, Rattenkönig und solche ganzen Kram habe ich alles schon durch. Ich habe auch quasi alles was man bauen kann in dem, oh jetzt muss ich, ok jetzt Vollgas. Und down ist er, yeah, ich kann das nicht tragen, kurz Platz machen, ich habe so viele Sachen, was nehme ich denn davon weg, Zähne brauche ich nicht, die Dinger brauche ich im Prinzip auch nicht, machen wir trotzdem, lassen wir mal auf, so, Schaltkreise könnten eventuell noch gebrauchen. Ach so, Inventar meinst du, ja, Inventar da sicher, aber die Sache ist ja die, durch den Patch haben wir jetzt eine Menge geändert, dass man mehr stacken kann. Ich weiß, ich weiß, kenne ich hier 400 Gold, aber als nächstes baue ich jetzt mein Haus aus und gucke, was ich noch so machen kann. Also Inventar fand ich jetzt nicht wirklich das Wichtigste, nicht das Wichtigste. Kannst ja gleich mal sehen, was ich alles habe. Ich glaube, in meiner kleinen Fabrik, die ich da aufgebaut habe. So, erstmal kleiner Silikonchip. Ich glaube, das lassen wir so stehen. Hauen jetzt ab und sagen, das war's. Moment, welches war denn das, das linke oder das rechte? Ich glaube, da geht's raus. Gehen wir da hin. Exit. Ich glaube, das war der andere Ausgang. Mein Gott, was kann ich denn noch wegmachen? Ja, kann man nicht meckern. Eigentlich 400. Aber ich will erstmal das Haus aufbauen. Und gucken, was im Osten ist. Ganz wichtig. Ich mache nämlich gerade die ganzen... Ich habe keine Ahnung, das ist das gleiche. Gehen wir hier raus. Ich mache jetzt gerade... Ich habe die erste Quest schon abgeschlossen davon. Und ich muss jetzt noch eine machen. Oder ich möchte noch eine machen, weil das gibt Geld. Dann mal zurück. Ich komme jetzt gerade in den Osten. Ich habe schon gedacht, ich habe alles fertig. Aliens. Rattenkönig. Alles durchgemacht. So ein bisschen habe ich ja. So. Ich muss einmal rein. Und den Kram erstmal jetzt ordnen. Ich bin sowas von voll. Ich weiß nicht wohin damit. Ich brauche das und das. Das brauche ich gleich für die Quest. Ich bin einfach nur voll. Die Baumfarm ist übrigens auch fertig. Und... Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass ich nichts mehr hier zu machen kriege. Ich habe ja alles schon. Soweit. So. Der Kram kommt weg. Brauche ich noch. So. Jetzt machen wir den letzten Stahlrahmen fertig. Zwölf Stücke haben wir glaube ich. Sechs haben wir schon fertig. Zwölf wollte ich machen. Da müssen wir pennen gehen für. Bisschen Strom noch anschließen. Na komm. Bis die Dinger fertig sind. Dann habe ich nochmal 30 Karbon Stahl. Und die kann ich nochmal abgeben. Okay. Das Ding ist voll. Das brauche ich nicht. Und pennen gehen. Ja. Kann auch sein, dass du ein bisschen mehr spielst als ich. Kann sein. So. Gucken wir mal. Was ist denn jetzt so langsam? Was? 22? Was ist denn der Rest? Also fehlt noch eine Nacht. Habe ich keine mehr? Ne. Ich habe keinen. Was fehlt mir denn jetzt? Kriege ich hier noch? 28. 7, 8, 9. Das reicht. Ich brauche noch einmal Kupfer und Zinn. Und muss noch sechs Bolzen bauen. Zinn, Kupfer. Bauen Bolzen. Dann kriegen wir nochmal 1800. Und dann brauche ich noch einmal 1500. Im Prinzip müsste ich jetzt genug haben. So. Bolzen. Da habe ich die Bolzen. Habe ich noch vergessen, wo die waren. Ich glaube hier vorne, oder? Nö. Auch nicht. Jedes Mal muss ich suchen. Oder waren die hier? Ah, hier waren sie. Sechs Stück brauche ich. Noch einmal zehn. Und morgen. Wieso machst du das nicht? Craften. Zehn. Ja. So will ich das. 22. Da fehlt aber noch was. Sieben Stück. Ich brauche Eisen. Ich habe kaum noch Eisen. Mehr habe ich doch. Ach, die Dingens fehlten als Kohle. Habe ich auch keine mehr. Moment. Sieben habe ich doch. Komisch. Wieso gewinnt das nicht? Schauen wir nochmal. Wir wollen mehr Karbonstahl bitte. Danke. Nein. Nein. Lauf. So. Schlafen gehen. Quest abgeben. Sich freuen. Und dann die letzte Quest annehmen. Das dauert mir sonst viel zu lange. Perfekt. Die brauchen wir auch nicht mehr. Die gehen wieder in die... Kiste rein. 23. Davon haben wir auch genug. Die Bolzen sind auch gleich fertig. Dann brauchen wir nur noch von denen hier. 15 haben wir. 6 Stück brauchen wir noch. 6 Stück. Wenn wir die haben, können wir auch die letzte Quest machen. 1, 2. Perfekt. Stahlrahmen. 1, 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. Ach, die brauchen noch. Okay. Fair genug. 5 Stunden habe ich dann die Quest fertig. Da kann ich ja schon mal gucken, was ich für die nächste Quest brauche. Oder wie viel ich für die nächste Quest jetzt unbedingt brauche. Ach genau. Das war ja hier unten. 10 Stück. Einen Mixer. Ein bisschen fehlt. Da kriegen wir hin. Nochmal kämpfen gehen. Und holen uns jetzt einen Rest davon. Ich hab doch echt mal Zeit. 6 Stück. Oder 5, je nachdem. Und einen haben wir schon. Das geht super schnell. Das Zeug zu fahren. Und dann stirbt. Perfekt. 5 noch. Oder 4. Maximal. Und dann sind wir auch durch. Können wir die andere Quest direkt annehmen. Wir brauchen nämlich 10. noch. Von dem. Noch. Noch mal einen. Wieder eine. Noch zwei. Müssen wir gar nicht bis zum Ende machen. Wie viele sind es jetzt? 18. Zwei brauchen wir noch. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr so vorsichtig spielen. Eine noch. Dann stirbt. Ja, ja, ja. Ihr wollt alle gegen mich fighten. Ich weiß. Hurra! Eine Arschzille, die wir nicht brauchen. Na. Hör mal auf jetzt. Stopp. Ey. Einer noch. Ne, wir sind fertig. Wir brauchen nicht mehr. Können direkt die andere Quest annehmen. Geh noch einmal runter. Verschwinden des Sennens gibt hier. Ah, ja. Die nehmen wir noch mit. Keine Ahnung, was da drin ist. Schwer in der Arschzille. Braucht kein Mensch die Dinger. Und tschüss. Etpaulen. Quest abschließen. Neues Land erkunden. Und nach Hause. Und tschüss. Etpaulen. Quest abschließen. Was brauche ich denn noch für diesen scheiß Stahlrahmen? Gibt es doch nicht. Ah, jetzt kann ich ihn machen. Okay. Ah, tschüss. Nächste Quest. Vier haben wir nur. Wir brauchen aber sechs. Wo sind die anderen zwei? Das brauchen wir gar nicht mehr. Ist schon fertig. Ach, der Karl braucht das. Lass uns einmal rum. Okay, hier ist er nicht. Wo ist er? Und wo können wir die Quest abgeben? Schöner am fressen, der Kerl. Mal schnell hin. Dann komm mal her. Komm schon. Lauf nicht weg. Hoho. 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 Perfekt. Und mein Geld sagt, über 10.000 haben wir. So besser kann es ja schon fast nicht sein. Das neue Haus wird direkt gebaut. Je nach. können uns mehr an Gegenständen für Leben etc. leisten. Schon mal gar nicht so schlecht. Übrigens schaltet das auch die Heirat frei, die wir noch nicht haben. So. Moment. Wir können zurück noch die andere Quest annehmen. Oh, hey Mysterious Man. Was hast du so Schönes? Kann ich da mit jemanden ... Er ist wahrscheinlich irgendwann dazu da, um jemanden einen Heiratsantrag zu machen. Die Uhr ist auch nicht schlecht, aber würde ich dir niemals dafür sowas geben. Zu knicken, mein Freund. So, ich werde der coolste sein, der das jetzt hier die Brücke von ganz alleine fertig macht. Ohne die anderen. Hätte auch direkt so ein Didi Transport fertig machen, denn ich denke, den werde ich brauchen. Verbrauchen wir, glaube ich, Bronzeröhren, meine ich. Und wenn ich mich nicht täusche. Wir brauchen zusätzlich... Ja. Packen wir ein. Einmal. So, wo haben wir es? Da haben wir es. Zehn Stück schon mal reinhauen. Was brauchen wir dann? Kupferröhren raus. Kupferröhren und Platten und Platten und Hartholz. Genau. Wo hat ich Muckus? Muckus hat ich hier. Da unten. Rein damit. Die kommen vorne rechts. Zähne brauche ich, glaube ich, nicht. Ne, habe ich weggeschmissen. So, machen wir zehn Stück davon und morgen ist die Anrequest fertig. Okay. Und jetzt bauen wir das Transportsystem. Es ist immer gut, mal eins dabei zu haben. So. So. Ah, no, mir fehlt. Ah, scheiße. Ich brauche noch Fell von den Viechern. Spätestens morgen werde ich es zusammengebaut haben. Also quasi auch, wenn ich es abgebe. Also gar nicht mal so schlimm. Aber es ist immer gut, schon mal vorbereitet zu sein, je nachdem, was kommt. Ich brauche noch ein bisschen Jetzt die Frage, reichen Pflanzenfasern dafür, die ich jetzt hier finde, ich finde keiner, na super, gehen wir nochmal zur Tour, Pflanzenfasern, und mal wieder finde ich keiner, grandios, irgendwo hatte ich sie, da sind sie, Wormfur brauche ich definitiv, Quatsch unfazultert Ich habe mich mit Focus nach und ich bin auf dem Blume, die ich verstehe, die da sind geschlossen, sind wie ich hier schlafen, die ich hier schlafen habe, oder? Das macht viel zu viel, wenn du keine Schlafenstern, wenn ich es dir wünsche, ich komme aus dem Blumen, wie sie das ist die Tisch, wahrscheinlich bist du bist wirken, Scheiße, falsche Kiste. So, drei Stück brauche ich. In der Theorie können wir auch drei fertig machen und morgen müsste dann alles fertig sein. Hier war das Ding. Und hab ich doch. Jetzt habe ich die nicht mitgenommen. Ich krieg die Krise. Meine Fresse. Da waren sie. So, in sieben Stunden ist fertig. Das heißt, pennen gehen. Und dann endlich auf den Osten. Oh, ein Brief. Workshop Rankings. Nummer zwei bin ich. Congratulations. 10 Mal. Okay. Nehmen wir gerne an. Dankbar an. Ein Windrad. Ich weiß zwar nicht wofür wir das brauchen, aber wir haben jetzt schon was dabei gedacht haben. Mal mitnehmen. Mal mitnehmen. Und dann brauchen wir den Kram zu Ende. mal mitnehmen. Mal mitnehmen. Das ist ein Video. Mal mitnehmen. Mal mitnehmen. Das war's. Ich würde sagen, dann packen wir auch den ganzen Kram jetzt weg. Es kommt zu Kleidung. Es kommt zu Fundsachen. Ne. Fundsachen waren hier. Oh, ich hätte noch welche gehabt. Kleidung war hier vorne. Da ist es. Machen wir erstmal die Quest-Items. Ja, der Rest ist im Prinzip nicht notwendig wegzupacken. Ich hab hier genug von. Ja. So. Menschheitsreise. Das hab ich da nicht. Da packen wir auch den Shit rein. Knochen rein. Das ist gut. Und. Da kommt's rein. Einmal Escape drücken. So. Auf in den Osten. Schauen wir alles mit. Ich hab alles mit für die Quest. Direkt mal Gas geben. So, mein Freund. Bau die Brücke zu Ende. Ich will es sehen. Wie du die Brücke baust. Mach es. Yes. Noch mehr Kohle. 12.000 mittlerweile. So. So. Wartier Bridge. Mission complete. So. Wo muss ich jetzt hin dafür? Einmal M drücken. Nirgendwohin. Wo ist denn die Brücke jetzt? Osten im Süden. Keine Ahnung. Ich geh einfach mal pennen. In der Hoffnung, dass was passiert. Vielleicht so ein Brief oder so. Und dann wird sie sagen. Hey. Die Brücke ist fertig. Du kannst jetzt in den Osten. Das wärs. Gucken wir mal nach. Und das pünktlich zum neuen Jahr übrigens. Nö. Vielleicht kommt das noch per Ankündigung. Vielleicht müsste er noch bauen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich vorbereitet. Die Station aufgebaut. In der Hoffnung, dass es jetzt irgendwann mal weiter geht. So. Dann brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Ich hab eigentlich alles. Ich geh das Haus aufwerten. Stufe 2. Vorher mach ich aber noch einen kurzen Cut.